Musik Jetzt bitte den Tisch wechseln, jetzt bitte den Tisch wechseln, auf den neuen Teststuhl. Herzlich willkommen bei der Rhein-85-Jahres-Tagung. Und ich umarme lieber eine Holzbaustütze als eine Stahlbetonstütze. Musik Das Besondere ist glaube ich der Austausch des Offen Miteinander. Dieses Netzwerk ist unwahrscheinlich innovativ. Also da wir im letzten Jahr einen Workshop hatten und sind, sie würden gerne mal üben, vor einer Gruppe zu sprechen. Das würde ihnen Probleme ab und zu bereiten oder auch Lampenfieber vor Gruppen zu sprechen. Musik Hallo, ich bin Heidi. Hallo, ich bin Daniel. Und wir sind von ProKlima TV. Also wir als Zimmerei sind schon um die 15 Jahre ca. bei der Rhein-85-Jahres-Tagung. Die Vorträge sind super. Musik Die Werte waren ganz, ganz toll. Macht auch viel Spaß, darüber nachzudenken, daran zu arbeiten. Musik Und wir gehen immer zu den Jahrestagungen, weil die sehr bereichernd sind. Musik Ja, Holzbau, Holzbau ist geliebte Leidenschaft. Die Menschen sind Leidenschaft und können Wundträume einfach realisieren. Musik 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 Musik